Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir einen Pfaffel. Wir stellen heute euch die neue LGW-Sonderlokomotive vor mit der Lackierung Glacier Express, und zwar die Artikelnummer 28446 von LGB, die GE442623 mit dem Wappen von Bonner Dudes. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao! Herzlich Willkommen im Glacier Express nach Chur. Herzlich Willkommen im Glacier Express nach St. Moritz. Nächster Halt Tiefen Kastel Next Stop Tiefen Kastel Prochaine Saree Tiefen Kastel Nächster Halt Filizur Next Stop Filizur Prochaine Saree Filizur Nächster Halt Bergün Nächster Stop Bergün Prochaine Saree Bergün Nächster Trochaine Saree Klima Saree 캉 Saree Welcome on board of the Glacier Express to Kour. Welcome on board of the Glacier Express to St. Moritz. Bienvenue au Glacier Express Vergoire. Bienvenue au Glacier Express Ver St. Moritz. Bienvenue au Glacier Express. Bienvenue au Glacier Express. Bitte einsteigen. Herzlich Willkommen im Classy Express nach St. Moritz. Bitte einsteigen. Herzlich Willkommen im Classy Express nach St. Moritz. 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 Bitte einsteigen. Willkommen im Classy Express nach St. Moritz. Willkommen im Classy Express nach St. Moritz. Bitte einsteigen. Willkommen im Classy Express nach St. Moritz. Willkommen im Classy Express. Willkommen im Classy Express nach St. Moritz. Das wäre fein. Ciao.